Geil ist, er wird wegen internationalem Haftpuffet gesucht. Ja, man ist doch nicht sicher, wer schlimmer ist. Pablo Escobar oder Mehmet Göker. Ja, der eine hat 600 Datensätze illegal verkauft, die er selbst gekauft und bezahlt hat. Da haben wir gerade 6 Millionen Tonnen Kokain verschifft. Ja, und ungefähr 2000 Menschen gebracht. Wer ist schlimmer? A oder B? Und wir konnten in die Reihe der Bösen noch Adolf Hitler nehmen. Ja, C, und dann würde ich noch diesen Typen nehmen, der schwer atmet bei Star Wars. Ich reihe es jetzt aus und A, B, C oder D. Wer ist schlimmer?